Gott, war ich weit vorne? Was hab ich da gemacht? Oh, ich hab sieben. Weggezogen! Ich bin auch Taraner, ich hasse Taraner. Ich mach einfach auch hier so einen Putschlo. Das Problem ist, das Depot muss man ja trotzdem zum selben Zeitpunkt bauen. Man kann jetzt nicht erst ein paar schöne SCVs bauen. Doch, ich baue erst einen SCV damit er meint. Jetzt 15 von 15. Ah, das ist schlau. Vermutlich. Ich glaube, du hast da... Mehr Erfahrung, ne? Ja, du bist da auf dem... Ups. 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 Doppel-ups. Oh, Mann. Wann braucht man das Gateway? Du musst ja jetzt wieder nie beraten. Hä? Was ist das? Ah, okay. Mars Confusion. Aber ich glaube, er hat... Hat er deine schon gesehen? Mhm. Oh, jetzt muss ich das sehen. Ich hätte ne Idee. Wir müssen das halt... Wir haben vor allem... Also... Wie erwarten einer von uns gesagt hat, das ist Scouts. Nein. Der typische 6 SCV-Scout. Was? Pass mal auf, ich hab ne Idee. Wir könnten uns nützlich machen. Ich mach jetzt die Rocks unten kaputt. Ja, das kann man... Das kann man meinetwegen machen. Junge, ich bin zu spät mit allem. Boah, das ist schon heftig. Ja, dann helfe ich dir hier. Deshalb... Rocks haben auch noch 3 Armor. Das heißt, jeder SCV macht 2 Schaden. Ja. Machst du auch... Ah, du hast einen Marine gemacht? Ja. Ich auch. Hab ich auch schon. Armut... Armut dem... dem Dings rüber. Gut. Schnelle Factory, sagt der Mann, ist schon halb fertig als du deine weg willst. Ah! Okay. Junge, das ist... Mal abwarten, ob die SCVs fertig sind, bevor das Spiel vorbei ist, oder? Wir haben's doch gleich. Wir haben's doch gleich. So, weh. Guck mal. Ich geh jetzt schon mal zum anderen. Okay, ich geh jetzt mal über die Map. Warum... Junge, meine sind stuck hinter deinen. Meine greifen nicht mal anzu... Ach ja, da kommen Marines. Boom! Hast du den rausbekommen? Hast du den rausbekommen? Ohi, hast du den rausbekommen? Nee, ich hab auch noch mal einen Schock in die Marines gelandet. Fuck, ich bin zu fly blockt. Ich auch gleich. Vorsicht, wenn die kommen da. Das war auch dumm. Scheiße, die haben Tanks. Nee, die haben zwei Tanks. Ich geb mir Gas. Ich geb mir Gas. Willst du dir Gas geben? Nein, ich meine nicht dich jetzt eigentlich gerade. Shit, shit, shit. Ich muss das reparieren. Oh! Leck! Also ich bin auf dem Weg zu einem... ...Liberator. Die war schon eng, sonst kommen die dir die Rampe auf. Ja, die sind schon... Die stehen schon... Die haben halt schon Vision. Ich find's gut, dass wir hier hinten aufgemacht haben. Wie, ne? Ja. Alter, was haben die denn für eine Range? Ah, die sind schon bei mir. Ja, okay, das ist... Das ist schlecht. Das ist schlecht. Also hier sind jetzt keine Tanks mehr da, oder? Nee. Fuck. Oh, ich bin grad voll... Verwirrt. Hier ist ein fucking Tank, den ich nicht gesehen habe. Wo? Der hat irgendwas geschossen. Ich glaub der ist weg. Ciaoiii. Einfach... Ja, ne Widomein war da. Oh, Alter, ich hab so'n Pech in dem Game. Du hast einfach nicht aufgepasst. Das ist das Problem. Ja, was soll ich denn da aufpassen, ey? Ich wollt's gerade eben sagen. Achtung, die Widomein hab ich schon gesehen, ist zu spät. Hat schon connected. Tschö, und ciao. Jetzt ist frei. Okay. Ich muss hier noch ne Tank stehen. Ich glaube... Nein! Die haben ein Tor, also mindestens einen. Ja, der eine spielt Mech. Ja, ich spiel auch Mech. Beide Mech. Du spielst mich weg. Du spielst mich weg. Ja, es sieht nicht gut aus. Du kannst deinen SCV stoppen da ist. Was könnten wir den machen? Hä? Ah, meine sind jetzt da auch irgendwas in meinen. Ja, ist das vielleicht irgendwo nicht fair? Oder wie sieht's aus? Ich hab die da. Command Center Upgrade complete. Stopp. So soll das ja nicht sein. Aber du hast immerhin schon. Die machen richtig Kanzer-Game, ne? Ja. Du hast gesagt, die spielen beide Mech. Ne, einer. Du hast gesagt, du spielst Mech. Der, der die Basis, warte, der hier, der spielt Bio. Der andere spielt Mech, der mit den Tanks drüben war. Der, der mit den Tanks drüben war. Das ist ein komischen Rallye, hast du gelacht. Ja. Da ist doch ein Rücken im Depot, ja. War das gerade ein BC-Sound oder habe ich was auf den Ohren? Ich habe was auf den Ohren. Nichts gehört? Nein, ich dachte nur, das war... Nein, 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 das war irgendein anderer Sound. Ich weiß nicht, was ist von Sound drauf. Das ist eine PF. Und? Ciao, aliens. Äh, das war's. Aber jetzt war's. Aber jetzt war's. Mineral field. Mineral field. Depleted. SCB ready. Ready for dust-off. SCB ready. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. SCB ready. Our allies are not enough minerals. 1-1. Jungs, was ist das? Ja, ich kann's auch fighten Ne, da steht noch ein Tank Ja, keine Ahnung, das war noch das gestern, oder? Du hast ja echt ein bisschen von allem gehabt gestern auf deinem Stream Das wusste ich nicht, weil Kion, du, ich komme Da ist kein Tank Können wir fighten? Oh, er hat bestimmt Ja, ich auch, ich bin dumm Hier, da kommen jetzt die Tanks Hallo? Ja, sorry, ich habe gerade leichte Probleme gehabt, ich habe nicht gedacht, dass er nochmal drauf geht Ich habe einen Geh-Hand Geh-Hand Kannste mal... Ja. Ah fuck, ich drehe durch. Hast du noch einen Liberator? Nee, ne? Nee, Liberator habe ich nicht, aber... Ja, ich baue gerade. Oh Gott. Ich weiß, es ist eigentlich eine Challenge, aber... Äh, zwei Hops, mit links. Natürlich. Du hast es hier. Ja. Warum rennen die da rein? Habe ich gerade alle meine SCVs da drauf geschickt? Nee, hier fahren sie, Junge. Ja, genau. Ja gut, ich kriege hier noch ein wenig. Alter, wieder einen richtigen Augenblick. Kannst du mal den Liberator von hier links siegen? Die zwei du hast. Ja, er wird schwer, der Tor. Naja, der steht ja falsch. Naja, ich bin mal ein wenig. 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 Ja, ich bin mal ein wenig. Oh, jetzt glaube ich nämlich erstmal schön in meinen Fang rein. Hast du Mineralien über? Also ich habe Gas, aber keine Minz. Shit, 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 shit. Ja dann. Gut, okay, die Basis ist gone. Ist okay, ich glaube wir nehmen seine auch raus. Ja. Ja. Ja, ist. Aufschütte, ich kann scannen, ja. Ja, ja, ist noch was. Ja. Da haben wir natürlich viele Torben und scheiße. Ja, ich bin mal ein wenig. Wo eigentlich mehr Protaktion raus. Ja, okay meine Mainz. Ja, da ist noch ein Tank. Finko! Ah ja, da ist ne Menge bei mir jetzt, dass wir das halten. Bin auf dem Weg, ja, wahrscheinlich kann ich das nicht halten. Ist egal. Macht nichts. Stopp die. Lass uns aber rechts hoch gehen. Du kannst hoch, meinetwegen. Ja, da kannst du hoch, kannst rein. Ich save dich hier. Ja, ich bin gegen nur Bayo halt schlecht, ne? Nee, Alter. Okay. Das ist richtig mies. Ja, ich komm, ich komm. Ah Gott, ich bin gegen fucking 3 Units, meine Tanks. Weil ich halt nur gesiegt, dass ich gut bin. So... Jetzt sind sie schon wieder in Position. Ja, und Gebedürfnis dürfen nicht throwen, naja. Ich throw komplett die ganze Zeit. Also die Nukes gehören zu mir, ja? Ich bin ein Throw quasi. Was macht denn ihr hier? Ich laufe jetzt rüber. Fuck. Das sind halt nur Tore, theoretisch. Da musst du mit deiner Bayo einfach drauf gehen. Da kann ich die Tanklein halten. Aber ich bin nur gegen die Bayo. Wenn ich da mal hinterherlaufe und superschleffe. Das hab ich jetzt zu oft gemacht. Okay, die Tore sind raus. Jetzt hab ich kein Gas mehr, auch nicht. Okay, jetzt hab ich nichts mehr. Das ist die ganze Kackbasis. Ja, oben, oder? Ich hab auch keine Arbeiter mehr, oder? 40 nur noch, okay. Ja, schön, schön, dass du da reinfährst. Ich komm. Ja, dann lass jetzt... Warte mal. Ich halt meine Tanks hinten, dass sie hier stehen. Und den Rest, den Rest pushen wir zusammen. Drei Tanks? Ja, drei Tanks reicht noch. Oder? Oder ist eine Mine? Nur so ein paar Turrets. Okay, go. Ja. Ja. Ja, SCV. Oh, meine sechs SCVs sind gestorben. Muss ich jetzt wieder sechs wegstellen, oder ist es okay? Ach so, ah ja. Ich mach auch die ganze Zeit. Ja, komm. Ah ne, hier sind sie. Ich hab sie ja weggestellt. Okay, lass rechts gehen, oder? Ja. Ich mach ja mal zu mit der Nuke. Wo? Hier ist der Nuke. Das war's. Stellst du dich? Ja. Das ist oben, ne? Oh ja. Kommt der Nächste. Ah, die Basis ist schon abgehoben. Das hätt ich vielleicht gucken sollen, bevor ich die Nuke auch noch geschworfen hab. Ich hab keine Nuke. Fuck. Gebt mir Gas. Ja, ich probier's gerade. Ich kann grad nix machen da. Junge, wie kann der Drop da reinkommen? Wo ist der hergekommen? Alter. Kann der da nicht langlaufen, oder was? Was ist das denn? Ach ne, ich hab meine sechs SCVs doch noch. Ich hab sie woanders hingestellt, als ich eigentlich... Du musst auf dem Patrol, dass du... Ja, hab ich. Ne, ich dachte nur, ich hätte sie irgendwo anders hinpatrollen lassen. Da kommt die... Ich geh jetzt mal rechts hoch. Ja. Tarnst du das CC da? Junge, 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 meine Ghosts. Kannst du hier n... Ding hinbauen? So n... Dings... Wie heißt das? Äh... Diese komische... Sensor Tower, danke. Ja, jetzt. Wo genau? Hier. Ich hab einfach keinerlei Mineralien übrig. Ich geb dir. Okay. Okay. Ich komm. Hast du... Hast du Anti-Air? Ja, Anti-Air hab ich nicht wirklich. Also meine Marines halt, aber das war's. Ich hab keine Vikings oder so'n Spatz. Ich glaub wir denn unsere Main? Wo bist denn... Gehst du drauf? Könnt ihr dir bitte das nicht machen? Ah, die Option muss. Wir haben da oben hier... Wir haben da oben. Ja. Ja. Ich hab sie gesagt... Ich hab ihn nicht gemacht. Wir haben da oben. Wir haben da oben aufgestellt. Wir haben da oben. Ich hab ihn mit mir überceğinem Netz. Oh Gott. Die Kordstaben. Schicsik. Ich bin da drauf Hier Marine, BIO, BIO Ich hab's da eingeladen, man hier ist Hast du noch Mineralien? Ich bin ein Idiot. Ist das unten gecleert? Ja. Also der ist zurück, ich weiß aber nicht wohin. Hier in der Mitte ist noch ein... Da kommen SDGs. Ich habe jetzt gerade keine Scans mehr, weil ich habe meine CCs verloren. Aber ich denke, Supply-Technik sind wir vorne. Ja. Ich habe ihnen die Eko komplett rausgenommen. Ich habe halt einfach nur noch einen CC. Also... Hast eine Mine. Die kommen einfach zu mir, oder? Ja, oder? Vorsicht, sie sind da. Ah, nein. Ja. Ich glaube, die sind Broke, ganz ehrlich. Ja. Aber ich auch. 25 Supply. Du hast nur 25 Supply noch übrig. Ja. Ja. Meine SDGs, die da standen, sind auch... Okay, sie kommen jetzt bei mir. Das war's. Das war's. Wow, der Roter hat noch sehr viel. Ich denke, du musst... Ja, keine Ahnung. Der Retter hat sehr, sehr viel. Ich denke, ich save jetzt mal meine Basen. Ah, fuck. Ich bin jetzt bei 10 Supply. Ja, da ist er jetzt halt mit 3-3. Das ist doch was er hat. Gut siehe, Tank. Ah, er scannt mich hier. Das ist meine ganzen... Ah, okay. Ja, ich denke die ganze Zeit, ich habe doch 21 Arbeiter, aber ich habe vergessen, dass 6 davon ja nicht arbeiten. Oh, ey. Kannst du hier scannen? Geht das gerade? Ne, ich habe das CC nicht. Fuck. Wie konnte ich lande es? Okay, jetzt, ja? Ja, go. So. Hier. 3-1 sind hier. Der hat noch 3 Marauder, das war's, ne? Ich habe jetzt wieder 2 Tanks. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass die da oben nicht... Ja, die dürfen auf keinen Fall minen, dann. Und werden sie aber jetzt, ne? Also... Noch ist keine Basis da. Ja, wahrscheinlich dann die hier, oder? Idiot. Die da unten, kannst du die rausnehmen? Mit deinen Tanks? Zwei Tanks, wenn du mir die hier dranhängst, ja. 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 Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel hat. Ja. Ach, ich nehme es einfach raus. Hast du die Basis noch? Ja, ich kann die Basis wieder rüberfliegen. Ja, die Basis ist weg. Hat des Scans. Kann sein, dass er sich dann wieder... Ja, aber ne, du hast hier eine. Das meine ich, die kannst wieder rüberfliegen. Ja, ja. Lass hier noch was stehen. Ich komme jetzt mit meinen Tanks zu dir. Da ist er. BC. Vorsicht, folgte. Wo ist rein in den... Oh, nice. Jetzt hat er keine Anti-M in den Lippen. Ja, nur den BC. Nicht genug Minerals. Du willst ein Stück von mir, boi? Vespine Geyser, exaustiert. Ich komme fliege, ich komme fliege, ich komme fliege... Ah, jetzt gespielt. Ich würde sagen, wir gehen drauf. Bist du bereit? Mit den SCVs? Go! Oh fuck, das ist auch ne Scheißidee. Ja, okay, du hast auch nicht gehabt. Ich habe hier zwei Tanks. Aber wir haben bloß den Liberator. Ja. Hatte ich. Ja, der Blau hat auch noch. Der Blau hat auch noch. Ist schon... Okay. Haben wir hart getroffen. Ja. 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 Ja.